Hallo liebe Eisenhans WG, jetzt bekommt ihr auch mal von mir eine kleine Aufgabe und zwar auch eine Foto-Challenge zum Thema Traumberuf. Ihr habt euch ja alle schon einen Traumberuf ausgesucht und dazu sollt ihr nochmal arbeiten. Ihr sollt euch ein persönliches Motto dazu überlegen. Das habt ihr eigentlich auch schon teilweise in den Proben kreiert und eine typische Handbewegung dazu. Also, überleg dir nochmal deinen Traumjob, dein persönliches Motto und eine typische Handbewegung dazu. Wie könnte das aussehen? Denn Jan hat sich den Traumjob Bundeskanzler ausgesucht und sein persönliches Motto dazu war, wir schaffen das. Eine typische Handbewegung könnte zum Beispiel sein, ja, wir schaffen das oder was auch immer. Genau, und das sollt ihr bitte auf Foto aufnehmen oder auf Video und uns schicken. Wir freuen uns drüber, über eure kreative Ideen und sind schon ganz gespannt. Viel Spaß mit der Aufgabe. Ciao!